Hallo und Willkommen zurück zu The Legend of Zelda, Rackle of Seasons. Ja, ich bin Beck und ja, ihr seht es an der Hintergrundkulisse. Das hier ist mein tatsächlicher Sessel, denn in meinem Büro steht. Das sagt man mit Absicht Büro, nicht mein Gamingzimmer. Denn ich habe erst meine Tabletten genommen und ich muss mich jetzt ein bisschen runterfahren und so weiter sofort und ihr wisst Bescheid, denke ich mal, wenn ich das sage. Und deswegen bitte verzeiht mir, ich weiß, es sieht zwar nicht gerade das Perfekte aus und es sieht ein bisschen faul aus, aber ich soll es machen und ich, auch wenn ich nur ein Gaming-Tier bin und dafür sorgen muss, dass die Leute eine Comedy haben, muss ich auch mich um meine Gesundheit kümmern. Sorry, Leute. Nein, Spaß. Heute als Update mit Controller. Ihr seht schon, ich spiele heute mit Controller. Aus dem Grund, damit ich nicht hier weiter vorne sitzen muss, wegen der Tastatur, damit ich mich ein bisschen zurücklehnen kann. Ihr wisst Bescheid, gerade kurz angeben. Ja, kurz angeben mit der Maus, dass ich so eine gute Tastatur habe. Gerade müssen wir die Kamera einstellen, damit ich was erzählen kann. Das ist wirklich alles im Video. Nix, Leute. So. Deswegen entschuldige ich mich auch, wenn hier mein Mikrofon ist und das ein bisschen länger jetzt gezogen ist. Ich werde mir dennoch Mühe geben, deswegen muss ich mich auch erstmal an den Joy, äh, den Controller eingewöhnen. Habe ich auch erst heute bekommen und deswegen nochmal danke, danke, danke daran meiner Mutter. Ehre. So, ich soll kurz die Maus aus dem Bild, denn ich hoffe, die sieht man nicht. Aber ich habe mich auch, man muss ganz ehrlich sagen, der Controller ist mega Hand, mega geil. Der läuft, der liegt so gut in der Hand. Ich weiß nicht, ob das eine der besten Marken ist oder so, oder ob die überhaupt gut ist, aber für mich reicht der Controller und ich finde, der ist so schön. Ipega, danke. Sponsored. Selbstverständlich ist das ein Product Placement. Da kenne ich nichts. Mach ich auch ganz offen. Nein, Spaß ist kein Placement. Oh no, du Dreckskerl. Und ja, ich werde auch weiter meine Schimpfwörter in meinen Videos sagen, weil ich weiß auch, wenn ich Geld verdienen würde schon und man dann geclamed werden kann und monetarisiert wird, weil man außerdem Schimpfwort gesagt hat, würde es mich nicht interessieren. Denn wenn wir keine Schimpfwörter sagen in unserem Leben und YouTube so eine Pussy ist, dann ist es deren Problem. Aber ich lasse mich nicht meinen Spaß daran nehmen. Und wer das auch nicht will von den Zuschauern, muss nun mal gehen. Aber ich denke mal, wenn man auch emotional ist in dem Spiel und da mal auch ein bisschen ausrastet, dann macht das den Leuten auch viel mehr Spaß beim Zuschauen als alles andere. Und ich würde mir das jetzt den Spaß verjütetlichen lassen. Weil tatsächlich, bei den meisten Videos, die ich gemacht habe, mit wo Schimpfwörter dabei waren, wo ich mal ausrastet bin, ist tatsächlich monetarisiert schon worden. Und ich wurde gar kein Geld auf diese Videos verdienen. Es ist so geil. Vielleicht mache ich einen Screenshot rein, vielleicht auch nicht. Aber dennoch, es ist so geil. Weil, als ich das gesehen habe, ich habe erst gedacht, äh, was ist denn das für ein Zeichen, Alter? Oder hier, Copyright-Zeichen. Gut, das ist normal. Manche bewunden sich ja Musik von anderen, aber das ist normal. Aber ist auch okay. Aber dennoch, dieses scheiß Monetarisierungszeit. Ich habe mich so kaputt gelacht, weil man merkt einfach, ich habe es erst im Matchzeit von gestern gesagt. Wobei, ich habe da auch noch gar nicht drauf geguckt, die sitzen da aus. Dennoch, ich habe ja gesagt, dass das alles so mittlerweile blöd auf YouTube ist. Aber dennoch, ich kann es bis heute nicht verstehen, warum YouTube so eine Pussy geworden ist. Man erlaubt ja gar nichts mehr auf YouTube. Das ist einfach traurig. Man kann, wenn man ja nicht mal mehr Spaß auf YouTube hat, wenn man mal ausrastet oder sowas, dann ist das einfach nur noch traurig. Ich meine, selbst wenn, ihr könnt darauf hoffen, wenn ich in Zukunft mal Geld verdienen sollte, ich würde niemals, für die, die das überhaupt so feiern, mit den Ausrastern oder so, ich würde niemals wegen YouTube nachgeben. Ganz ehrlich, da verdiene ich lieber kein Geld, als mir den Spaß nehmen zu lassen. Also, das muss schon sein. Ich meine, ohne Spaß auf YouTube, dann ist es auch kein YouTube-Video mehr. Muss ich sagen, ganz ehrlich. Wenn man nicht mehr ausrasten kann oder mit den Zuschauern nochmal sprechen kann, dann ist es schon. Und dabei muss man sagen, diese Ausraster oder diese Wörter, die es heute gibt, wo monetarisiert werden. Entschuldigt. Das ist zum Beispiel Umgangssprache heute geworden. Das heißt heute. Ich meine damit jetzt die Zeiten, der wir leben. Ich meine, sind wir mal ganz ehrlich. Prank. Das, soweit ich weiß, geht tatsächlich auf YouTube ein Schimpfwort mittlerweile. Und man darf es nicht mehr mehr in den Titel reinschreiben oder sagen, sonst wird man schon monetarisiert. Und das ist einfach schade, weil ich meine, umgangssprachlich ist Prank einfach nur eine Erweiterung für Streich und man sollte laut YouTube, denke ich mal, laut YouTube-Richtlinien eher Streich als Prank sagen. Ich finde das traurig, weil umgangssprachlich sagt man einfach nur noch mal nur mal Prank. Das ist, das ist normal. Ich verstehe es nicht. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich verstehe es gar nicht und kann es auch nicht nachvollziehen. Ich werde mal kurz nachgucken. Perzen! Ah, eins wenigstens. Eins ist besser als keins. Ich werde mal kurz ein Sicherheits-Safe machen. Okay. Dann werde ich mir mal diesen Raum hier vorknüpfen, weil ich habe noch ganz böse Erinnerungen an den. Und zwar war das doch der mit den Blöppen, die dann gleich verschwinden. Und da habe ich ganz schön gesackt in meinem ersten Let's Play, aber ich denke mal, wir können darüber hinwegsehen. Wow. Okay, ich glaube, daran sieht man, dass ich mich erst mit dem Controller 1 spielen muss. Das war dumm, ne? Okay. So war das. Oh, meine Nase juckt gerade. Du. Oh, das ist schon. Das kenne ich auch noch. Aber das ist einfach. Man sieht das zum Beispiel. Seht ihr das in dem Video? Könnt ihr mir das mal in die Kommentare schreiben? Ne, ich sehe es ja beim Schneiden. Dennoch. Ich hoffe, man sieht es, weil ich meine, und man braucht dieses Licht in der Mitte gar nicht, weil man sieht die Kontur. Ist das weird? Du. Oh, ich merke es schon wieder. Ganz ehrlich, ich merke seit kurzem immer mal zu, weil die mir das ja gesagt haben, wie es bei mir ist im Inneren des Körpers. Ich merke wirklich, weil ich merke, dass die es über Recht haben, weil ich merke, hier in der Brust, hier wo das Herz ist, merke ich tatsächlich, ich habe echt Herzkrämpfe und Stechen. Es tut wirklich weh. Ich kann, haben gemeint, wenn du mal sowas hast, dann solltest du Bescheid sagen, wenn das öfter vorkommt, weil das können auch Anzeichen sein für Herzinfekter und Fakte, aber ich meine, ich bin noch gar nicht so alt, dass ich einen Herzinfekt haben könnte. Dabei muss man aber auch zugeben, im Anstieg der Jahre, vor allem im Sommer ist es sehr extrem, da kamen ja sogar die Nachrichten, dass selbst viele junge Menschen daran betroffen sind, in einem jungen Alter schon Herzinfekter zu haben oder Herzinfakte, ich weiß gar nicht die Mehrzahl. es ist tatsächlich wahr und das hat mich echt schockiert, weil wenn du halt so daran denkst, mein Vater, Herzprobleme, ist jetzt gestorben und da kannst du das schon so jung noch haben, schon haben, da machst du dir schon Sorgen, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber alles gut. Ich werde meinen YouTube-Kanal den ersten Zuschauer von mir vermachen, falls er sterben sollte. Der kriegt das ganze YouTube, äh, das ganze YouTube, der kriegt dann den ganzen YouTube-Kanal von mir, der kann ihn dann übernehmen, und kann dann aber den weiterführen und Geld machen, vielleicht wird er sogar prübter als ich. War nur ein Prank. Ganz kurz, ich mache wieder ein Sicherheitssafe, weil ich hatte kleine Probleme beim Starttest, ähm, wenn ich in die Karte gegangen bin, ist das Spiel ausgefallen. Müssen wir nicht hin. Runter. Und tatsächlich, diese Karte sieht wirklich aus wie so ein Drache. Das soll der Kopf sein, der Körper und der Schweif. Ich finde das tatsächlich aus wie ein Drache, wenn man genau hinguckt. Ist, ist geil. Oh, diese Musik, die ballert. Der vierte Dungeon in Ages und der vierte Dungeon in Seasons haben die geilste Musik. Ich weiß nicht. Für mich ist das so. Würde gern die Federmaus töten, damit ich gucke, ob ich hier ein Herzen bekomme. Nee, ist nur ein Ruby. Ist nur ein Ruby-Bau. Hä? Bin ich tatsächlich wieder am Ausgang? Habe ich hier gerade eine Karte versehen? Nee. Ah, Key. Key. I got the keys. Keys. So ist das. Brav hier. Zack. Ich kann nichts dafür wirklich. Das kommt einfach urplötzlich und dann kratzt das so sehr im Hals. Sind auch die Rückstände der Erkrankung im Krankenhaus. Erkrankung im Krankenhaus. Das hört sich auch lustig an. Die Freaks habe ich auch böse in Erinnerung. Die springen, soweit ich das noch weiß. Ja. Da muss man auch einfach nur mitspringen. Geisteswann, das ist eine Stamm-Attacke. Ihr P-Snail. Halt aufs Maul. Den muss man einfach nur bewegen. Noch eine Kiste in der Mitte. Das kenn ich noch. Ich mach jetzt mal öfter Sicherheits-Safe, weil ich hab lange nicht mehr aufgenommen. Und diese Probleme anfangen, haben mich so gestört. Naja. Naja, das sitzt unten. Ah, da ist es. Ich kann nichts machen. Bis gleich, ich konzerkant. Okay, weiter geht's. So, wie schon gesagt, hier wieder. Was ist jetzt los? Cut. Gehen wir einfach nicht in die Karte, wissen Bescheid, würde ich sagen. Ich kann es nicht ändern, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, wo er das ist. Ihr kennt sich ja auch genau mit Visual Boy Advance, warum das so ist. Ist das normal so, oder bugt das einfach wegen dem Room? Weil Room ist ja nichts, also oder halt das Spiel. Also auf Emulator ist ja nicht immer gleich wie das normale, richtige Spiel. Da gibt es ja immer Veränderungen. Auch wenn die uns nicht auffallen beim Spielen. Aber hier kann man sich ein Herz nachgattung. Heute mache ich übrigens eine etwas längere Folge, weil für die, die wirklich auf diesem Kanal mitfiebern, die haben sich das einfach verdient. Für die, die es nicht machen, müssen es ja nicht gucken. Weil ich weiß, es gibt schon 1, 2, 3, 4, 5, 6 Leute, 7, wo ich zu 100% weiß, die gucken gerne auf dem Kanal. Und das ist echt nett von euch. Danke, 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 danke. So, ich brauche mein Herz mehr. Oh ne, ihr freaks schon wieder. Guck mal da, was willst du, Alter? Die Kirby-Armies, besser. Hier ist euer wieder, euer Kirby-Dizzle, Alter. Kirby-Dizzle. From my Kirby-Dizzle. Gut. Hätten wir es auch geklappt. Geh mal zuerst hier lang. Ich weiß, ich glaube, hier machen wir noch ein Schlüssel. Oh, sort, geil. Geil. Zwei Schützen. Ich bin auch überlegen, ob ich ein The Legend of Zelda-Display von dem allerersten Zelda mache, das es jemals gab. Man braucht, ich habe ja schon mal erklärt, es gibt ja einen kleinen Bug, wo es heißt, ein kleiner Bug ist eigentlich ein normales Spielmechan, dass man über zwei Blöcke springen kann, ohne die Pegasus-Kernung zu nutzen. Aber ich spiele mit Controller, da muss ich das erstmal schaffen. Ja, wow. Controller ist geil. Falls ihr euch fragt, was ich für Controller spiele, von Ipega. Wolverine 9099. Ich finde den geil. Ich weiß nicht, ob das einer, der ein guter ist oder nicht, aber für mich reicht der. Ich finde den mega nice. Hä? Hä? Wir haben den gehittet, aber konnten... Haben wir einen stärkeren? Nö. Normalerweise teilt der sich doch auf, oder? Sorry, meine Haare jucken. Oh, ich habe die mit eingeklickt unter dem Headset. Entschuldige mich. Hier ist er jetzt. Hätte ich sehen müssen. Gehen wir es mal hier lang. Weil ich weiß, ich werde alles strukturiert vorgehen. Ich habe immer noch im Hintergrund, wo wir gerade eben waren, wo wir jetzt hier... Ah! Das Item. Die Schleuder kriegen wir hier, ne? Oh, das... Dieser Sound, für die Zelda-Kerne, die das Spiel noch nie gespielt haben, wie ich es spiele, in einem Raum, wo dieses Bup, 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 Bup kommt. Das heißt, in dem Raum ist auch was versteckt. Oder man kann hier was ergattern. Hier kann man erstmal ein Schild kaufen. Ah, ne, Glutkerne. Glutkerne. Ach so. Der Typ sorgt halt einfach dafür, dass du halt gleich mit dem Item, was da oben liegt, auch zu 100% schießen kannst. Äh, setzt du ständig den Schlüssel, der da oben liegt, um dir das Item freizuschießen. Äh, zu ergattern. Das habe ich mir selber versprochen. Entschuldigt. Stimmt, ich weiß den Boss wieder. Den Zwischenboss. Oh, der war ätzend, glaube ich, ne? War das nicht dieses Vieh von Vera? Warte mal. Von Sicherheit safe. Nee, Quarki. Das Vieh war das. Oh, stimmt, der hier Magier hier aus, äh, A Link to the Past. Wie heißt der? Da, wo der Schatten ist, ne? Nein, jetzt ist es dunkel geworden und ich konnte den Spacken nicht hitten. Oh, du Dreckskerl. Da lasse ich mich lieber einmal treffen, da habe ich mehr von. Einmal kurz flüchten. Manchmal schießen die auch Traps, der soll wirklich an Dings hier angelehnt sein. Oh, ich weiß nicht, wie der heißt, der Boss. Aus, ähm, A Link to the Past. Er ist einfach nur ein Pyramor, Markus, für mich. Du Dreckskerl, du Elendiger. Nein! Komm, schneller, 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 schneller. Ich finde es wieder euer Kurtissel. Sicherheitssafe. Der muss immer da sein bei mir, weil ich will immer auch die Folgen noch hochladen. Manchmal habe ich halt keine Probleme. Gehen wir erstmal nach rechts. Ah, den kennen wir doch, den Old Man. It's dangerous to go alone. Take this. Wer kennt's noch? Ich habe tatsächlich das allererste Zelda noch nie gespielt. Deswegen will ich eigentlich ein Blind Let's Play machen. Wer Bock hat? Euer Kurtissel. Ne, ihr wisst Bescheid. So, hier brauchen wir das Dungeon-Item. Lass mal. Ne, Quatsch, da auch rechts. Wer willst du das Dungeon-Item erstmal holen? Ja, ja. Verdammt! Und Unwasser braucht man's auch. Ne, Quatsch, da geht's noch weiter. Wie heißen die? Laserzyklopen? Oh, die habe ich tatsächlich noch gar nicht mit Namen kennengelernt. So genau. Ne, Laserzyklopen sind was anderes. Oder sind das die? Sollen das die sein? In Seasons? Pegasus-Kerne. Doch aufpassen, diese dreckige Fledermaus kann einen ganz schön behindern. Ha, nicht falsch gehen, Leute. Da ist das Dungeon-Item. Oder eine Boss-Key. Das Dungeon-Item. Die Schleuder. Dann kriegen wir hier tatsächlich die Schleuder. Kann man den eigentlich abschießen? Das habe ich noch nie in meinem Leben getestet. Kann man den besiegen? Das will ich jetzt testen. Nee. Doch. Nee, man kann den nicht besiegen, ne? Nee. Sah nur so aus, glaube ich. Egal. Oh, Leute. Sorry, meine Nase. Ich kann's nicht ändern, Leute. Es tut mir wirklich mega, mega, mega leid. Mega leid. So, das war jetzt nur hier dieses Schießen, ne? Ja, okay, gut. Denn da wollen wir auch jetzt erstmal hin. Danach gehen wir noch nach oben. Und dann müssen wir noch in den Anfangsraum. Dann müssen wir auch noch was hins machen. Ich hab das mir alles noch im Kopf. Ja, aber Zelda musst du manchmal echt taktieren. Es ist echt so. Es ist richtig weird einfach nur. Hier war nix, oder? Hä? Das war nix, ne? Gar kein Plan. Okay, was war das? Was war das denn? Habt man das in der Aufnahme gehört? Hast du davon, du kleiner... PINF! Darf man PINF sagen? Nicht, dass ich monetarisiert werde auf YouTube. Ich glaub, ich nutze einfach die Pegasus-Kerner. Dann bemehre ich mich nicht so. Das muss aber möglich sein. Lass uns einfach die Pegasus-Kerner nutzen. Ah, brauchen wir es nicht. Brauchen wir nicht, brauchen wir nicht. Aber ich kann die Blöcke wegschieben. Bitte lass mich das tun. Batsch. Ey, mit Controller finde ich das viel einfacher als mit der PC-Steuerung. Kommen die wieder oder bleiben die jetzt weg? Ich warte mal, die blieben weg, ne? Okay. Lassen wir es einfach. Lassen wir es einfach, Leute. Wie wär's, Kirby, wenn du es einfach lässt, Bro? Ja, hier ist auf meinem Bein. Ich muss ein bisschen bequem sitzen, Leute. Ich kann es nicht ändern, ey. Ich soll es und ich muss es tun. Sonst werde ich aufgeschlitzt von diversen Leuten, die hier auch in meinem Haus sind. Oh! In dem Haus, wo ich wohne. Ey, wieso bin ich so kacke? Gehen wir jetzt erstmal nach links noch. Und da müssen wir noch raus, weil wir brauchen sowieso Keys. So, nebenbei ist jetzt das Mikrofon angeschaltet oder das? Ich weiß es nicht. Ich hoffe einfach nicht, Alter. Ich will die Folge nicht nochmal drehen. Wo sind die Kerne? So, der ist schonmal down. Den habe ich extra... Da habe ich mich extra so hingestellt, so nebenbei. Mit 3er-Hit ist der down. Wo ist er jetzt? Nein, ich habe verfehlt. Nein. Du kleiner, dreckiger Sack. Du hast sie doch nicht mehr alle. Du bist doch ganz schön bescheuert. Nimm mir doch nicht meinen Spaß. Du kleiner, blöder... Oh. Du kleine, blöde Wache, wollte ich gerade sagen. Du kleiner, blöder Anhänger. Garnons! Den gibt es auch. Ich habe einen kleinen Spoiler. Hä, wieso wandert ich die? Wir brauchen ja überall den Scheiß-Key. Okay, dann müssen wir jetzt erstmal zurück. Oh! Lass uns einfach gehen. Gehen wir dann noch zuerst nach links, okay? Wenn wir den nächsten Key haben. Denn erstmal müssen wir hier noch, hier oben, weiterarbeiten. Hier haben wir noch. Und rechts dann da oben auch noch. Ah, ne Quatsch. Ich selber habe ich da. Das war doch nur der Old Man. Bla, 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 bla. Ja. Ja. Mach mal einfach so. Dann nehme ich lieber einen Hit hin, als noch ein bisschen zu warten. Das war's. Jetzt weiß ich Bescheid. Jetzt weiß ich Bescheid. Dadadadada. Ey, das Spiel mit Controller zu spielen ist so anders, ne? Es ist zwar dasselbe Spiel, aber es macht einfach... Ich finde, es macht sogar mehr Spaß. Weil du nicht... Wenn du jetzt zum Beispiel alleine auch bist, also jetzt ohne Video oder so, kannst du das Spiel einfach so gechillt spielen. Du kannst... Ich habe den Sessel zum Beispiel. Ich kann auch einfach so machen. Moment. Ich kann mich einfach nach hinten lehnen. Und dann pfährt sich hier noch eine Klappe. So. Das ist einfach mega episch. Da kann man einfach so... Sich so gechillt hinsetzen, Alter. Und dabei zocken. Das macht so fun, ey. Ehrlich. Oh, ich habe Glutkana. Voll... Ach, so. Es ist einfach echt mega gechillt. Ich kann den... Das kannst du einfach so geil machen, falls du auch so einen Sessel hast. Ich Idiot. Ähm, ich muss kurz noch hier wechseln. So. Äh, da kannst du es einfach auch so gechillt spielen als Gamer. Das ist so geil. Ne, ehrlich. Das macht richtig Spaß. Controller sind schon eine gute... Eine gute Sache, die es auf der Welt gibt. Ich finde, es macht sogar auch deutlich, gleich deutlich viel mehr Spaß zu spielen. Weil du... Zum Beispiel, wenn du diverse Spiele allgemein auch spielst. Oh, das ist eigentlich nicht gut. Ne, das ist ruhig ja jetzt. Ähm, das ist einfach so eine geile Sache. Und zwar kannst du einfach gechillter sitzen, als wenn du vor einem... In dem Rollstuhl sitzen, den ich immer normaler als in dem Bürostuhl. Oh, ein Stuhl. Oh, ein Stuhl, geil. Ja, ich meine, Bürostuhl, dann kannst du ja... Dann sitzt du ja so bequetscht, sag ich mal in Anführungszeichen. Gut, außer das halt ein Bequem, aber ich hab kein Bequem. Dann ist das einfach voll das geile Spiele. Ich finde, dann macht der Ersatz, ähm, erweitere dein Spielerlebnis viel mehr Sinn, als wenn du das normal machst. So, das ist schon bei 20 Minuten. Ich finde, die vierten Dungeons in den späteren Spielen, die sind immer dann die Wendepunkte. Wir haben den ersten bis dritten Dungeon in einen Part reinquetschen können, aber den vierten nicht mehr. Den vierten Dungeon. Der, der macht schon... Der gibt's dir richtig aufs Maul. Der zeigt dann sofort... Ne, 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 Freundchen. Denkst du dir bei einem Let's Play kannst du das easy machen? Nö, 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 nö. Du wirst schon noch ein Part daraus machen müssen. Und genauso werden wir auch tun. Wenn wir nicht bei 45, äh, 25 Minuten... Ich werde wahrscheinlich auch nur 26, 25 Minuten machen. Ähm, wenn wir da dann nicht schon... Sogar doch nur durch sind. Aber ich denke nicht. Der Boss ist schon... Ein bisschen harder. Ich werde jetzt mal wieder ein Sicherheitssafe machen. Ihr wisst bescheid, ich gehe lieber vorsichtshalber um. Damit ihr auch eine Folge habt. Und damit ich auch immer die allerersten Reaktionen dabei habe. Und nicht die später zusammengeschnittenen. Das wäre ja Blödsinn. Ich würde euch lieber meine richtigen Reaktionen zeigen, als eine vorgespielte. Äh, ich finde, wenn ein YouTuber sich einfach so dann erschreckt oder so... Das ist einfach viel lustiger, als wenn man das später zusammenschneidet oder so. Äh, ich sag mal anfühle... Oder neu drehen muss. Das meine ich nicht zusammenschneiden. Entschulde ich mich. Das ist einfach viel cooler, finde ich, beim Zuschauen. Du-du-du-du-du-du-du. Ich flexe dich. Oh ja, genau. Da rammt er mir noch sein langes Ding da rein. Haha. Entschuldigt. Okay, gut. Das war... Nein. Oh, nee. Leute, hört auf. Hört auf. Leute. Oh, stimmt. Das war diese Scheiße. Stimmt, hier bin ich schon bei Goma. Hier muss ich nicht hin. Hier muss ich nicht hin. Ja, ja. Wir müssen nochmal ganz zurück in den Anfangsraum. Da, in die ersten Räume. Denn, Sicherheits-Safe-Moment, ich werde es euch zeigen. Wir müssen noch einmal hier, rechts von uns da rein. Und einmal da oben müssen wir noch hin. Und da wird uns ein Key sowieso noch erwarten. Auch wenn er uns auf der Karte angezeigt wird. Haben wir schon den Kompass? Ja. Oh ja, da trifft mich sein nicht langes Ding. Wir können sowieso jetzt damit arbeiten. Deswegen können wir auch jetzt erst mal die Räume wieder abklappen. Und ich hätte es wahrscheinlich sofort machen sollen. Das ist blöd. Geh mal so zurück. So haben wir es schneller. Das ist ja mega geil. Mega geil. Mega geil. War das hier? Ich habe es tatsächlich gerade vergessen. Scheiße. Das ist jetzt blöde. Oh, das ist jetzt blöde. Du wohnst doch in einer Freak Show, du Freak. Ich glaube, das hat dich nicht so hart getisst, dass du aus diesem Dungeon raus willst. Ja, warte, ich gucke mal kurz auf die Karte. Sicherheit safe. Ne, ja, ja, wir müssen nach oben. Scheiße. Scheiße. Das ist jetzt blöde. Das ist richtig blöd. Ehrlich. Ach, verdammt. Ja gut, dann behebe ich es wenigstens gleich in dem Part. So wird es ein bisschen länger. Hey, die Musik ist geil. Ich könnte sagen, was er wollte. Das ist eine der Top-Musiken aus dem Zelda-Universum, finde ich. Für mich muss die da irgendwo rein. Gepresst werden. Viele haben auch gemeint, um mich zu ärgern. Wenn ich ein bisschen konzentriert gucke und mich auch auf das Spiel konzentriere, dann mache ich manchmal Bewegungen mit dem Mund oder sowas. So, sowas zum Beispiel. Du mache dann so halt mit den Lippen oder sowas. Ja, ja, ich weiß, dass ihr darauf achtet, um mich dann in irgendwelchen Kommentaren zu ärgern. Ich kenne euch, Alter, langsam. Ich werde jetzt darauf achten. Und nachher mache ich dann den Fehler. So. Gefistet und lasse mich von dem Dreckskerl treffen. So. Hier muss es jetzt sein. Ja, ja. Katsch. Ja, ja, hier. Ich habe schon die ganze Zeit halt bekommen. Wenn wir die Gegner besiegt haben, wird ein Schlüssel in der Mitte runterfallen. Und dann fragt man sich, wie kommt man jetzt hier ran? Einfach tauchen und dann ist gut. Und jetzt müssen wir zurück. Und genau da den Schlüssel einsetzen. Und zwar von dem Bossraum. Eins da drunter rechts halt. Ah, egal. Wir würden sowieso nicht mehr zurückfahren. Und dann hat sich das Ganze gegessen. Ey, der Controller ist so geil. Komm, wir haben es gerade eh geschafft. Ist okay. Muss ja nicht sein, ne? Ich habe ja auch nur gefragt, ob wir es schaffen. Ach, ich habe es genau in der Sekunde geschafft, wo wir rüber gesprungen sind. Jetzt kam der Akzent raus. Ey, scheiße, das passiert mir auch öfter mal. Aber das merkt man nicht in meinem Video. Das ist geil. Wenn ich wirklich konzentriert manchmal bin, dann spreche ich auch in meinem Akzent. Mein Heimat-Akzent. Ihr Lutscher. Ich weiß, dass ihr darauf achtet. Und damit ich auch wirklich spiele. Ich tippe tatsächlich Tasten. Ist geil. Ich habe mir auch die Steuerung so eingestellt, wie ich am besten damit spielen kann. Das solltet ihr auch machen. Wenn ihr nicht wisst, wie das geht auf dem Visual Boy Advance, geht einfach in die Options. Ganz unten steht was mit einem Pad. Mit einem Pad. Ich habe es gerade vergessen. Tatsächlich. Scheiße. Und dann könnt ihr das mit der Tastenbedingung selber einstellen. Ist aber ein bisschen buggy, finde ich. Oh nein. Denn bei mir ist es so gewesen, es hat sich einfach automatisch in meinem Kurzum geschaltet auf die nächsten Tasten. Dann müsst ihr noch ein bisschen mit der Maus arbeiten halt. Um das dann separat umzustellen. Aber das ist kein Problem, finde ich. Das kann man schnell machen. Ist gut. So, habe ich mir das auf den Joy-Con gestellt. Wir sind ja nicht bei der Switch. Auf den Joystick gestellt, die ganzen Richtungen. Und bei mir ist es A und X. X ist bei mir das Schwert, wo ich B habe. Und A ist bei mir der ganz normale A-Knopf. Oh, was habe ich jetzt gedrückt, Mann? Dann habe ich noch bei Start habe ich das normale Menü. Und bei Select ist die Karte. Hier, die Select. Ist, ist okay. Auf dem normalen Steuerkreuz, das man hier oben hat, habe ich nichts drauf. Ich weiß nicht, damit komme ich nie klar in Spielen. Ich benutze immer Joystick. Wenn ihr auch solche Gamer seid, Daumen hoch. Immer schön die Likes drücken, damit Papa auch was verdient hier. Okay, gut. War nur... Nein, oh, die Federmaus. Ich dachte schon, die hindert mich jetzt. Oh, Leute, wir sind bei 28 Minuten 30. Scheiße, ey. Ich habe die Zeit so vergessen beim Spielen. Ach, egal. Da lohnt es sich jetzt nicht, den Part auszumachen. Wir sind jetzt so kurz vorm Ende. Das möchte ich jetzt nicht. Sorry, Leute. Aber, oder? Das muss jetzt nicht sein. Ne, das will ich jetzt schon beim Part noch reinkriegen. Wir sind jetzt kurz vorm Ende. In einen der beiden Augen sucht uns der Boss-Key. Oh, ne, ey. Och, das... Ach, ich... Ey, Leute, oder? Das schaffen wir jetzt noch in dem Part. Ich habe es doch geschafft, den reinzudrücken, den Dungeon. Nein, das will ich jetzt nicht aufhören. Die paar Sekunden dann, um nächstes mal den Boss zu machen. Das wäre Schwachsinn. Oh, ich glaube, das habt ihr jetzt nicht in der Kamera gesehen. Ist besser so. Ich habe auch die ganze Zeit so Probleme, ey. Ich weiß nicht. Ich muss ganz ehrlich sagen. Habe ich das schon gesagt? Ich glaube, ich leider in Demenzen nicht. Ich weiß es gerade gar nicht. Aber ich fühle richtig, seit ich aus dem Kanal raus bin, was die Arzt mir gesagt haben. Dass ich wirklich merke, wenn ich echt ein bisschen Stress habe, dass ich wirklich Schmerzen in der Brust auch fühle. Ich habe gerade ein bisschen Schmerzen in der Brust. Muss ich ganz ehrlich sagen. Wirklich im Herzbereich. Ich weiß nicht, ob das gerade gut ist oder schlecht ist. Oder ob ich einfach den Part schnell beenden sollte und das... Und Bescheid sagen sollte. Ich weiß es nicht. Und er hat auch gemeint... Ich weiß nicht, ob ich das gerade schon echt gesagt habe. Eigentlich mal in dem Part jetzt mittlerweile. Wäre ein bisschen peinlich, würde ich behaupten, oder? Aber dennoch. Ich weiß nicht, ob ich... Naja, er hat halt gemeint... Es kann sein, wenn du wirklich Sodbrennen manchmal hast oder Herzschlechen oder so, dass du anrufen solltest. Weil das kann schon sogar Sachen für den Herzinfarkt sein oder sowas. Weil ich halt jung bin und eigentlich keinen Herzinfarkt haben sollte. Aber dafür halt bestätigt wurde, dass selbst junge Menschen in den Jungenaltern den Herzinfarkt haben können. Ist krass. Ich habe das selber schon. Aber ich glaube, ich habe es auch schon im Part gesagt. Vielleicht habe ich ein bisschen Demenz. Und ich tut es mir leid. Ich glaube, ich sollte... Egal. Es ist alles okay. Aber wisst ihr, Leute... Das war es von dem Part. Wie wäre es, wenn wir den Boss einfach im nächsten Part machen? Es gibt jetzt einen schönen Cliffhanger, würde ich sagen. Sagen sich die meisten... Oh, Kirby, halt's Maul. Ey, zeigt uns einfach den Boss. Aber ich muss ganz ehrlich sagen... Leute. Leute. Ich habe mich schnell wieder hergebracht. Ich bin schnell ohne Safe State. Leute, wenn euch dieser Part gefallen hat, lasst eine Bewertung da. Mega geil. Oh, ich bin auf Speed gekommen. Im nächsten Fall machen wir dann den Boss. Haut rein. Euer Kurt Dizzle. Lasst ein Like da. Oder was auch immer. Wenn euch dieses Video gefallen hat, lasst doch ganz, ganz, ganz gerne ein Like da. Ihr könnt auch diesen Kanal kostenlos abonnieren. Oder schaut euch jeweils die Videos oder die Playlists an. die euch hier verlinkt werden. Also, haut raus. Großen, großen Kuss auf Ehrenbruder Basis geht raus an euch. Haut rein. Euer Kirby63LP. Einmal wieder. Geh age 2. Schön für